hallo ich grüße dich willkommen zu einem neuen numerologie video ja vielleicht hast du es gar nicht auf dem schirm gerne mache ich dich auf etwas interessantes aufmerksam nämlich wie du auf eine doch relativ spielerische einfache art und weise zu zahlen wissen kommst ja und dir das auch relativ gut einprägen kannst und erst noch daneben irgendeine tätigkeit verrichten kannst zum beispiel fenster putzen irgendwelche kommissionen irgendwelche haustätigkeiten oder abwaschen oder oder sonstwas oder eben auch unterwegs nicht vergessen zum beispiel in den öVs im zug oder im autofahren natürlich auch oder bei sonstigen angelegenheiten sogar beim joggen falls du gerne joggst und jetzt kommt genau akustisch die zahlen aufnehmen ja ich habe tatsächlich und das ist eben noch nicht sehr lange her habe ich einige sogenannte akustik kurse gemacht also kurse im selbststudium ich meine hier jetzt ganz konkret die zahleninterpretation also die zahlen von 0 bis 9 ja das recht ausführlich die zahlen die grundzahlen die zehn grundzahlen die wir haben 0 bis 9 gibt es ein akustik kurs ja also ein audio kurs sozusagen und dann gibt es noch einen anderen audio kurs für die zahlen 11 bis 113 ja das ist doch eine gute idee von mir vielleicht gerade jetzt auch in den kälteren jahreszeiten wo man sowieso vielleicht ein bisschen mehr aufnimmt mehr lernt ja das wollte ich dir einfach gerne empfehlen ich weiß eben nicht es ist da ziemlich viel aufgelistet und dann hat man das vielleicht nicht gerade ohne weiteres auf dem schirm also wenn du auf meine homepage lebensgestaltung.chg ist ja ich weiß es gibt da so viele kurse so viele angebote da sieht man es vielleicht gar nicht und ja es gibt einfach Menschen vielleicht gehörst du auch dazu die eben lieber die es eben vorziehen akustisch ja etwas zu lernen also kannst du dir vorstellen wie du zum beispiel fremdsprache lernst also ein audio kurs fremdsprache zum beispiel wörter büffelst oder andere sachen oder sätze oder einfach so eine sprache lernst kannst du so natürlich auch die bedeutung dir die bedeutung der zahlen der faszinierenden zahlen aneignen ja du weißt ich bin dein ganzheitlicher zahlen experte falls du fragen hast falls du wünsche hast falls du ausbildungswünsche hast falls du beratungswünsche hast ich helfe dir gerne weiter ja zum beispiel auch falls du von a bis z sehr ausführlich in einer schriftlichen auslegung schriftlichen geburtstagsauslegung oder in einer mündlichen sitzung falls du von a bis z alle deine möglichkeiten stärken potenziale lebensaufgabe wichtigen tätigkeitsfelder gesundheitliches und so weiter falls du da mehr darüber erfahren möchtest und übrigens so eine sache hat das ganze lebenslang gültigkeit ja das sind sind lebensthemen die wir da besprechen die nicht einfach da mal so für einen monat oder für ein jahr gelten klar man könnte auch jahresauslegungen machen aber das macht so keinen sinn ohne grund ausleben ohne ein grund horoskop ja in diesem sinne ich wünsche dir weiterhin viel freude mit den zahlen und bis bald zum beispiel in einem anderen video oder indem du mich kontaktierst zum beispiel für eine abklärung für ein gespräch also du kannst mich immer unverbindlich fragen und das via verschiedene kanäle also dann ciao ciao